Es ist immer das Gleiche. Sie sind unterwegs und dem Akku Ihres iPhones geht die Puste aus. Schonen Sie Ihre Nerven. In dieser edlen Schutzhülle steckt die pure Energie für Ihren mobilen Begleiter. Das innovative Battery Cover hat die rettende Reserve-Stromversorgung bereits an Bord. Der integrierte Hochleistungsakku wird über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen. Die dezente LED-Anzeige gibt zuverlässig Auskunft über den aktuellen Ladestand des Akkus. Schieben Sie einfach Ihr iPhone 4 in die Soft-Touch-Hülle und profitieren Sie von bis zu 240 Stunden mehr Standby-Zeit. Dank der passgenauen Aussparungen im Gehäuse bedienen Sie Ihr mobiles Telefon wie gewohnt und müssen es überhaupt nicht mehr aus der Hülle nehmen. Auch der Headset-Anschluss ist bequem zugänglich und die Kamera bleibt für tolle Bilder exakt ausgespart. Clever ist auch der ausklappbare Standfuß. Dieser bringt Ihren Multimedia-Künstler für Videos oder den perfekten Coverflow optimal in Position. Maßgeschneidert für Ihr iPhone 4. Mit dieser durchdachten 3 in 1-Lösung sind Sie bestens beraten. Greifen Sie jetzt zu! Bede Restregen! Bede Restregen! Bede Restregen!